Ah, so rum geht. Ah, werdet ihr bekommen? Ja, okay Ach, da ist ein Ding, okay Ui, ui Erstmal Leben tanken Oh, rechts oder links, rechts oder links? Ich geh nach rechts War falsch, geh nach links War gar nicht falsch, ne Verschwinden nur einfach irgendwann Ja, kann sein Das sind Trollpflanzen, Mann Fucking Trollpflanzen Wollt grad losfliegen Dann gehen die einfach weg Und jetzt nochmal wieder Wenn ich gucke oder so Yo So mache Ach Immer wenn ich springe, kommen die Okay, dann muss ich jetzt so machen Das war falsch Ah, okay Okay, das war immer noch falsch I'm back Hey Okay, da kann ich nochmal scherben Okay, aber ich Okay Aber ich hab's jetzt immerhin raus Aber wie soll ich denn Ich kann ja nicht da hochkommen Ich Verstehe ich nicht Wenn ich an der Wand springe, dann Okay, das geht anscheinend doch Aber nur mit Wenn man Damage kassiert Zwangsläufig Jawollo Tatsu erklomm immer die Berge hoch über den Trauerpass Als die Fackel ihres Bruders erlosch Wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich Seelenverbindungsfreiheit Oh boy Ja, okay Erklimmen Du hast aus Klettern erlernt Um diese Fähigkeit zu benutzen Musst du drücken und halten Wenn du an einer Wand bist So kannst du dann in die Roboblech Ja, okay Dann ergeben die Pflanzen auch Sinn Oh, na toll man Ist jetzt auch irgendwas passiert? Ne Zack Den Trollpflanzen, oder? Das Ding ist halt kacki Jetzt wo wir klettern haben Brauchen wir glaube ich Den Dreifachsprung gar nicht mehr Ich glaube dann wäre das Oh nein Es geht schon wieder anders Dann wäre das cleverer Tatsächlich Ähm Dings hier Alles klar Dann wäre das cleverer Jetzt auf Stärke zu gehen, oder? Oder Sollen wir den Dreifachsprung Das stimmt dem Ähm 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 Ehh Ähm 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 Wie war ich da schon, oder? Wie war ich даже schon Fuck. Ah, okay. Die Pflanzen sind auf jeden Fall lustiges Völkchen. Okay. Immer, wenn ich auf einer Pflanze drauf bin, dann kommt die nächste. Verrückt. Schon drei von diesen Viehchen, ne? Ja, natürlich. Natürlich wird es alles anders. Was ist denn noch so? Äh. What? Wait, what? Hey, jetzt habe ich das Ding gar nicht mehr, oder wie? Okay. Immer gespeichert. War ich nochmal hier? Oder wird immer nur aufgeladen, okay. War ich nochmal hier? Zack, zack, okay. Zack. Hey, wir sind alle... Okay. Klettern? Easy. Crazy game. Wenn du echt Damage an den Pflanzen und zwei Meter weiter bekommst, du klettern. Crazy game. Yo, yo, ach so, das war... Ja, du hast verziehen. Ich habe immer... Okay, habe ich Angst. Alter, das ist halt... Man weiß halt nicht... Man weiß jetzt schon ein bisschen, wo die... Wachsen werden, so. Okay. 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 Hier, dieser Stampfer, der ist krass. Nein, jetzt muss ich da echt... Okay. Okay. War sehr gut von mir. Ja, jetzt verändere ich halt wieder. Wo ist das Ding? LOL. Wow, den Silbenfehler neu einmal, ne? Oh! Wow. Wurde gebaitet. Ja. Wer zum Teufel? Ganz im Ernst, wer zum Teufel macht das? First try alles. Selbst, wenn du das Game übelst gut kennst, ne? Ist mal no joke. Selbst, wenn... Oh, fuck. Selbst, wenn du das Game richtig gut kennst, aber so richtig krass bist in irgendeinem Spiel. Bis dann, hast du doch nicht, keine Ahnung, kannst du das doch nicht alles... Ja, first try. First try man. Die werden doch locker immer speichern und wenn die dann einmal gestorben sind, schnell Game neu lernen oder so. Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Wo hab's hier aus dem classes? Ja, natürlich. Vielen Dank. Wo bin ich, bist du? Wo bin ich um... Wo bin ich? Wo bin ich, bist du? Vielen Dank.